Guten Abend, Dragon Ball Legends. Zweiter Teil, würde ich mal sagen, kam ja schon längere Zeit nicht mehr. Däumchen hoch abonnieren und wir verprügeln weiter, müssen stärker werden. Also nach dem Intro geht es gleich weiter. Bis gleich, ciao, ciao. Niveau Downloads, immer. So, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal weitermachen. Downloads wurde abgeschlossen nach gefüllten 100 Stunden. Mal wieder. Das glaube ich auch. So, na denn, schauen wir mal. Ich habe schon wieder einen Titel erhalten. Oh Gott, war freigend noch gar nicht da. Oh, oh, oh. Okay, wir gucken mal. Okay, ja, ja, gut, weiter. Ja, da haben wir Frieza, da haben wir noch anders. Also, ich würde sagen, wir sind ja immer noch der Anfänger im Bleiben bei der Mission. Ach, ist das schön, wo die noch so klein waren. Ach, war beim ersten Mal auch so schön. Hat er die Vögel kommen ja gar nicht weiter. Aber da ist Mr. Schildkote sein Häuschen halt gerade unten gewesen. Ja, ich kriege drauf. Haben wir. Ach, okay, so, können wir jetzt spielen. Wir haben noch zwölf Geschenke. Die machen wir noch ganz schnell und dann fang mal hoffe ich endlich an. Ja, ja. Kannst du nicht alle mitmalen? Ja, sehr schön. Geht schon mal. So. Ich würde sagen, immer noch die Anfänger im Bleiben, weil so weit sind wir ja noch nicht. Okay. Okay. Ja. Oh, jetzt kommt ein Auto. Hol mal. Das ist aber reibsend. Aber so war es schon immer. Pampa? Ja. Ach so. Ära war wohl mal noch jung und knackig muss ich sagen. und ich würde sagen wir probieren es mal kann mir natürlich auch teuren dass er das falsche genommen hat aber der roboter nehmen ihr sagt ihm jetzt nicht pampa pumper pampa die entwickelt ja immer ganz schön ich habe jetzt mal mal schauen ob es mir was bringt oder auch nicht ich habe mal fünf fünf haben wir ja bei zwei kugeln sehr schön den haben sie richtig gut hinbekommen ich mag den ja so also die die nicht mitgemacht haben die kriegen trotzdem was ja ok dann haben aber ganz schön abgestaubt also das recht ist er auch ok ich habe da brauchen schon ein bisschen höfene oder kann aber auch nicht den mund halten da haut sie jedes mal in die pfanne ja genau das war ja schön und und ich wundere das geräusch bin ich irgendwie ist mein fuß kalt und ich versuche grad den irgendwie aufzuwerfen dabei habe ich schon ganz dicke socken an aber wenn irgendwas schafft das ist mein fuß ich bin da wo kagarotte das letzte mal auch trainiert hat und zwar rom bei gott das kann ich mir vorstellen ja ist gut ist schön hört auch auf wahnsinn boah das ist so viel so viel input da komme ich gar nicht bei mir hinterher als alte Frau da ja mach ich mach ich mach ich mach ich ja ja ok also ganz ehrlich ich klicke jetzt die meiste zeiten nur noch ich habe keine ahnung das ist ganz schön viel muss ich sagen jetzt neues und ich dachte eigentlich geht es um kämpfen aber irgendwie ja bin ich ja eigentlich nur am klicken weil es irgendwelche neuigkeiten gibt die ich mir wieso nicht merken okay Und dabei habe ich mich eigentlich so gefreut heute aufs Spielen. Aber irgendwie ist es ja nur lesen, klicken, lesen, klicken. Ich hoffe, wir können jetzt weitermachen. So bezugbar. Nee, brauchen wir nicht, danke. Aus der Zukunft, obwohl mal die ist ja so rum. Das war so klar. Aber nett ist der Salat nicht, ne? Ja, ich nehme sie immer durch gleiche. Ja, ich kann natürlich noch einen, bitte. Okay. Oh, da ist ja Mama. Der erste ist immer wieder. Jetzt weiter auch. So, ich weiß nicht, für was wir drei Personen brauchten. Eine Person hat alle drei geschafft. Also alle drei geht, ne? Oh, wir können weitermachen ohne Störung. Sehr schön. Oh, der sieht schon ein bisschen härter aus, der Gegner. Ah, das ist ja. Ich bin mal gespannt, das ist doch nicht so einfach. Oh, ok, ich habe nichts gesagt, der erste ist schon erledigt und der zweite auflöst. Krass! Ich hätte jetzt gedacht, das dauert länger und das ist schwieriger. Na gut, aber es kommt bestimmt noch schwerer. So, können wir jetzt mit schnatt, schnatt und weitermachen. Ich habe gerade angeschnallt, wie geht es jetzt automatisch weiter? Ach jetzt! Ist vielleicht besser, weil ich klicke ja doch immer zu schnell und dann könnt ihr gar nicht mitlesen. Ist doch besser, wenn es automatisch geht, ne? Oh Gott, oder? Genau, das ist die Hauptsparte Zukunft. Achso, so machen wir ja mal ein. Wenn das nicht so bleibt. Wenn das nicht so ist, können wir jetzt woanders hin. Woher habe ich das Ding? Kleidung, das wird ja bestimmt lustig. Aber warum eigentlich? Schau mal die anderen, die haben auch nicht besser aus. Die Diäte. Klapperwort. Wir haben da auch nur so einen Phoenix Anzug ein. Oh, 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 oh. Ja, ich könnte jetzt vorlesen, aber ich glaube, jeder könnte auch alle noch lesen für sich alleine das Ganze. Denn so schön ist meine Stimme nicht, ich habe keine Vorlesenstimme. Ja, die beiden sahen wir auch noch nicht. Die Mieterkatze war die nicht so spinn, dass sie fast den ganzen Porneten zerstört hätte. Ja, das ist so schön. 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 Ja, auf jeden Fall, die Mieterkatze, die kenne ich, den Rest kenne ich irgendwie so anders. Gut, ich kann auch schon Ewigkeiten mit meinem Fernseher, das ist auch schon ein paar Jahre her. Guck mal, wir haben eine halbe Stunde, bestimmt fünf Minuten gespielt. Und der Rest war nur reden, drücken und quatschen. Ich glaube, das war jetzt im PC-Spiel irgendwie besser. Da muss man nicht so viel quatschi quatschi, da war glaube ich mehr mit kämpfen. Und lernen und trainieren. Oh, ein Turnier der Zeit. Können wir jetzt endlich, können wir jetzt endlich? Ja. Und schon wieder geht's los. Oh nein, ich dachte, wir können endlich anfangen. Wie kriegst du? So sehr die beiden. Hm. Aber ich habe euch davon schon irgendwie erledigt. Oh nein. Ah, die Konsolation. Na, dann werden wir mal. Gut, das war ein schneller K.O. und auch ein schneller K.O. Schon fertig, ne? Ach ne, da war noch einer. Jetzt sind wir aber fertig. So, wieder alles schön eingesammelt, sehr gut. Okay. Okay. So, Nr. 1, Nr. 3. Der scheint so ein bisschen schwieriger zu werden. Mal gucken, was Nr. 3 ist. Da, 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 da. Wunderbar, er reicht immer noch alleine. Charlotte. Okay. Okay. So, bloß wir müssten dann mal wechseln, ne? Wir müssten bloß noch mal wechseln. Der Klatzköpfige hat so viel wie die anderen und da war aber einer, der kann gar nicht richtig untersehen. Okay. 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 Oh Gott. Genau. So, wenn du den Lärchen alles, dann haben wir erst hinter uns. Okay. Achso, gut. Sehr, sehr, sehr gut. So. Oh Gott, song go on. Oh, song go on. Wie ist das denn? Na, da knelt's, guck ich mir. Hm. Wie ist das denn? Nur einer? Na komm. Ganz ehrlich hat sie geklappt. Cool. Da, da, da. Wie warst du die Attacke auch schon? Oh, kasslerot. Sei mir erschrocken, da war grad die Heizung. Cool. Oh Ich weiß nicht, dass wir essen müssen, ich bin jetzt immer froh. Zeug mal. Zeug mal. Deinem Lehrer. Kann ja nur Pico sein, oder? Der Lehrer. Können mir jetzt nur vorstellen. Da, Piccolo. Der Lehrer. Ja, er ist bei der Saison. Genau. Reckend. Na, dann wollen wir mal. Ja, der ist viel stärker. Aber es war trotzdem eine schnelle Runde. Der Lehrer. Der Lehrer. Ja, das ist wirklich ein bisschen. Na, dann wollen wir mal. Oder? Oder? Genau, ich bin jemandem. Ich bin jemandem. Ich bin jemandem. Weil ich mich so nährge. υ Ich wollte es ja eigentlich jetzt noch schnell machen. Ist ja nur eine. Okay. So, ich würde sagen, das war es dann erstmal. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist weniger mit reden und quatschi-batschi, sondern mehr mit kämpfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.